Nur so ne kleine Sprungfehler. Fehler, Feder, Fehler, bruh. Nice. Dafür kann ich ja Donny. Hi Piggy. LOL, wie cool ist das denn? Ich wette, es ist selten oder legendär. Jetzt kommt so gar nichts von beiden. Hey Leute, was geht ab? Leute, heute werde ich, äh, weiterzocken. Denn das Spiel habe ich schon mit Donny gespielt, und zwar Find the Piggymorphs. Und, äh, ja, Donny ist nicht da. Der ist nämlich im wohlverdienenden Urlaub. Donny hatte ja gestern Geburtstag gehabt, ist jetzt in seinem, äh, Geburtstagskurzurlaub. Äh, genau, das heißt, Donny ist diese Woche nicht da, und ich werde diese Gelegenheit nutzen und ein bisschen weiterzocken. Und bedeutet, ich werde ein paar neue Piggy's finden, die er dann noch nicht hat. Aber ich. Ruh, ruh, ruh. Okay, reicht. Ja, genau, ich werde jetzt weiterzocken, und wir können mal kurz den Stand der Dinge hier betrachten. Ähm, ich habe aktuell 23 gefunden. 23 Schweinchen von 170. Oh my God. Ja, das, ähm, wird dauern. Äh, ja. Und ich sehe gerade, dass ich einfach Morse kaufen kann. Das heißt, ich muss die gar nicht suchen, ich kann die einfach kaufen. Okay, das mache ich natürlich nicht. Nein, das war ich natürlich nicht. Ich suche natürlich hier eigenständig weiter und werde hier nichts kaufen. Das ist ja Betrug. Das ist ja Betrug, hör mal. Und ja, ich laufe hier mal so rum und gucke mal. Oh, ich glaube, hier war ich noch nicht. Ich laufe rum und gucke mal, was ich hier so, was ich hier so finde. Äh, dö, dö, dö. Uh, hier könnte ein Geheimversteck sein. Irgendwie, irgendwo. Man muss halt überall einmal alles so anklicken, weil man weiß nie, wo sich die Piggis verstecken. Und ja. Und ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, ähm, wie weit ihr denn so seid und wie viele Piggis ihr schon gefunden habt. Mh, 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 mh. Schauen wir mal hier. In dem Mülleimer ist doch bestimmt was versteckt hier. Da ist doch was gewesen, oder? Oder? Richtig disappointed hier gerade. Hallo? Ich dachte, ich hätte schwirren können. Da ist was drin in dem Müll. Der Müllpiggi. Menno. Aber cooles Gebäude hier. Ich schaue mal weiter. Man kann ja nach oben noch gehen. Was ist denn das? Ach, hier ist ja auch noch. Oha, wie groß ist das? Also, ganz ehrlich, wenn hier keine Piggis sind, dann weiß ich auch nicht. Also, jetzt mal ehrlich, hier vielleicht der Bettpiggi oder so. Das ist ja voll gemein. Und hier? Ey, wie viele Räume gibt es hier? Bitte, wie riesig ist das? Ja, ist nicht ganz so einfach. Wo bin ich hier gelandet? In einer Luxusvilla? Uh, hier ist was. Was steht da? Wir haben der Stadt Sicherheit gebracht, aber jeden Tag versammeln sich mehr und mehr Leute draußen und versuchen einzudringen. Ich hoffe, das Militär tut etwas dagegen. Ja, also das hoffe ich auch. Da schließe ich mich an. Das hoffe ich auch, dass das Militär was dagegen tut, denn ich möchte natürlich sicher sein hier. Hier liegt doch was da oben drauf. Detektiv Piggi! Yay! Endlich! Ja, supi. Okay, jetzt gehe ich mal noch einen nach oben. Ey, ganz ehrlich, das ist... Wie viele Räume gibt es hier? In was für einer Villa bin ich hier bitte gelandet? Krass. Also was ich hier schwierig finde, Beispiel bei Find the Markers oder Find the... Was weiß ich was? Da ist es ja so, da hat man ja... Da sieht man ja wirklich die Marker im Ganzen quasi und hier hast du ja wirklich nur diese Gegenstände, das heißt, bei dem Detektiv eben war es diese Detektivmütze oder dieser Detektivhut und da siehst du ja, hast immer nur so Details. It's the details for me. Also muss man hier richtig hinschauen und das macht schon eigentlich... Das macht schon wirklich schwer. Vor allem, wenn es hier eine Million Räume gibt. Uh, hier liegt was. Da. Verbrochenes Schweinchen. Ja, guck. Hier ist einfach nur so eine kleine Sprungfeder. Seht ihr das? Warte mal. Wo ist sie? Weg mit meinem Fettkopf hier. Da. Nein, da. Ja. Hier so. Nur so eine kleine Sprungfehler. Fehler? Feder? Fehler. Bra. Ja. Ich sage ganz schön häufig Bra fällt mir. Das ist mir so eingefallen. Äh, hab ich so gemerkt. Na ja. Ähm. Genau. Das heißt, dann muss Details. Uh, ein Panda. Wie süß. Panda-Schweinchen. Ein Panda-Schweinchen. Süß. Nice. Cool. Das hat mir schon mal was gebracht hier in dieser Villa. Da sind bestimmt noch tausend andere versteckt. Ich habe noch ein Ei gefunden. Und ich frage mich, was es mit diesen Eiern auf sich hat. Vier von zehn? Ja. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, dass ich noch mehr von denen finde. Und ich... Oh Gott. Ich kann jetzt hier hoch, hier hoch. Also es ist wirklich riesig. Jetzt bin ich auf dem Dach gelandet. Okay. Wenn hier jetzt nichts sich versteckt, dann weiß ich auch nicht. Warum ist das hier so groß? Da ist was. Ein Skelett. Ein Skelett-Piggy. Ein Cyborg-Piggy. Okay, nice. Es gibt so coole Piggy. Ich glaube, das war es. Und oh mein Gott, ich kann hier... Oh. aufs andere Gebäude. Oh mein Gott, ich darf noch nicht runterfahren. Das wäre so ärgerlich. Hä, wie cool. Wah. Komm ich hier nicht hoch? Ich will hier hoch. Wie kommt der aufs Dach und wieso kann ich nicht da drauf? Ich will auch aufs Dach. Oh, geht doch. Da. Da ist doch irgendwas. Glitch-Piggy. Wie cool ist das denn? Oh mein Gott. Glitch-Piggy. Oh mein Gott. Ganz ehrlich, der ist safe. Der ist safe dabei. Bei seltenen. Passt auch. Ich such den jetzt. Der ist ja schon... Das Schattenschweinchen ist ja schon legendär. Leute, ich habe schon ein legendäres. Transparent war auch legendär und das Glitch ist auch legendär. Weeey. Wow. Weeey. Wow. Okay, ich habe schon... Gott. Ich habe schon legendäre Schweinchen gefunden. Ähäähäähä. Und ich habe jetzt insgesamt 28 und ich weiß gar nicht, wie deutlich ich beim letzten Mal hatte. Aber ich habe auf jeden Fall jetzt schon mehr. Ja, ist vielleicht... Ist das gemein, Leute? Nee, ne? Das ist nicht gemein. Ist das gemein, dass ich weiterzocke? Nein, ist es nicht, weil ich kann ja dafür... Komm, ich hier hinspringen? Lois. Dafür kann ich ja Donnie. Hi, Piggy. LOL. Wie cool ist das denn? Steckt hier einfach... So eine Heilflosse. Was wollte ich sagen? Ja, dann kann ich ja Donnie beim nächsten Mal die ganzen Piggy zeigen, wo ich die herab. Das hat ja auch was Gutes. Und jetzt will ich noch gucken, wo der High Piggy... äh, High Piggy... Hä? High Piggy ist. Ist das auch legendär oder was ist das für eins? Das will ich jetzt mal kurz gucken. Es ist selten, immerhin. Kann ich jetzt hier rüberspringen? Nee, ich glaube lieber nicht. Ich gehe hier mal ums Haus. Bitte fall nicht runter. was ist das blitzschweinchen nein das gilt das spiel gefällt mir immer mehr ich muss jetzt hier auch noch mal kurz gucken seltenheit ist zwischen auch selten oder selten ja es ist echt fancy kann ich ja auch noch da ist auch noch was kann ich da einfach so rüber springen oder hier ist auch noch was engelschweinchen auch wie süß knöchelschweinchen auch da muss ich jetzt sorry ich muss jetzt die ganze zeit gucken ob die selten sind oder was auch immer ich muss ich muss das gucken was ist das traurige schweinchen anschweichen schweichen legendär es ist ein legendäre schweinchen nein ich feiere das hier gerade ich feiere das cool wie viel habe ich denn jetzt insgesamt 32 hat sich mega gelohnt in diesem haus warte mal oben ist doch auch noch was habe ich das schon leute ihr seht es doch nicht da ich muss dahin muss dahin und ich muss glaube ich niesen vor vor die nase ankribbeln kennt ihr das bevor ihr niesen müsst dann kribbelt die nase so man denkt oh mein gott aber wie kommt man da hin weil ich konnte hier nicht raus ich bin ja raus ich bin ja raus ich bin ja raus warte da 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 ich hab's gesehen da war da ist ein schuh oh mein gott schallenschweinchen ey auch hier es ist auch ein legendäres pet leute ich habe jetzt schon so viele legendäre und gibt es eigentlich noch eine krassere kategorie als legendär exklusiv warte mal nach legendär kommt noch mythisch oh mein gott und dann kommt noch exklusiv ich bin hin und weg hier von diesem spiel okay hallo komme ich hier nicht raus ich gucke mal noch woanders ich war jetzt die ganze zeit nur in dem haus in dem gleichen wo kann ich denn noch gucken start ich kann darüber da komme ich nicht lang und hier ist noch ein geheimgang was ist das sei 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 ist da ist hier ist noch ein ei heute ist wirklich mein glückstag leute freuen heute ist mein glückstag fünf von zehn okay da ist fünf von zehn und hier ist noch ich sehe hier noch was bär ich habe den berge von der ist auch knuffig cool oder ist fire 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 ich dachte wir hätte man letzten mal schon viel gesehen aber das ist ja wirklich hier der wahnsinn gibt es ein feuerpigy bestimmt ich weiß gar nicht ob ich den schon habe aber ich gucke mal hallo flammende schweinchen ich wette es ist selten oder legendär jetzt kommt so gar nichts von beiden selten immerhin selten okay ich würde sagen ich teleportiere mich jetzt immer woanders hin warte mal da war ich schon schwein schweinchenhaus hotel ach das war das hotel wo ich gerade war ja wow stimmt alle enterprise karneval war ich schon einkaufszentrum oh mein gott einkaufszentrum einkaufszentrum gasse war ich schon eine gasse geh mal in die gasse hallo gasse also ganz ehrlich wie viel gibt es hier oh mein gott safe ist doch hier irgendwo eins leute sagt mir ehrlich da sehe ich doch irgendwas regenbogen piggie okay ich werde jetzt nicht wieder schauen wie selten das ist weil die ganze zeit halt hallo ich bin ja durch wie habe ich denn jetzt ich bin jetzt bei 37 37 piggies leute habt ihr auch schon so viele ich wette der ein oder andere von euch da draußen hat es sei schon mehr und vielleicht ja sogar schon alle vielleicht sogar schon alle das wäre das war das wäre richtig heftig das wäre wirklich krass ich bin ja schon stolz auf mich dass ich die gefunden habe die ich gefunden habe was ist das scharfig ein schar ein scharfiges piggie süß und hier gibt es doch bestimmt auch ein waschmaschinen piggie oder so naja ich gucke jetzt hier mal ein bisschen weiter also ich habe jetzt schon mal auf jeden fall ja gut welche gut welche gefunden finde ich leute ich würde sagen ich suche jetzt ein bisschen weiter noch und ich ach hier ist doch noch was versteckt schweinchen nice ja cool also ich bin jetzt kurzer stoff der dinge okay komm 39 ist so eine krumme zahl machen wir bis 40 ich will das jetzt nicht so stehen lassen mit 39 das ist so ne ich will jetzt 40 haben was ist das oh mein gott polizeistation pinguin piggie nice okay leute jetzt bin ich ja noch im restaurant gelandet ich glaube es nicht hier gibt es so unnormal viel zu entdecken wirklich das ist so krass in der küche gibt es schon noch ein küchenschwein piggie oder küchen piggie oder so ich würde wie gesagt sagen ich schaue noch ein bisschen weiter und so noch ein paar piggies schreibt gerne in die kommentare wie weit ihr so seid das würde mich mega interessieren und ob ihr wollt dass ich das ganze noch mal mache und weiter zocke denn dann komme ich noch weiter und vielleicht vielleicht schaffe ich ja noch alle zu finden bevor donnie aus dem urlaub zurück ist ich glaube dass wir sehr schwierig werden aber beim nächsten mal würde ich auf jeden fall noch in die schule gehen und ins einkaufszentrum wo das wird das wird cool und wenn ihr das sehen wollt dann schreibt das unbedingt in die kommentare das gerne da noch um da und glocke aktivieren wenn das nicht passiert abonnieren und so weiter und so fort und ja ich würde sagen wir sehen uns beim nächsten mal ciao